hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge treten kurz war heute auch wirklich zur 18 folge in der letzten folge ist mein fehler unterlaufen ich habe gesagt das war folge 18 das aber erst folge 17 ich habe es halt aber jetzt erst gemerkt egal jetzt kommt die richtige 18 der folge es war die folge eine wunderschöne runde kopfgeldjagd modus in dem ich ja auch für meine verhältnisse ziemlich gut bin was auch nicht so viele kills aber halt viele punkte das entscheidende für die kids machen das wahrscheinlich spannender aber viele punkte machen besser so mein freund das habe ich hier sehen oh ja zwei seiten kase aber noch eine rechte sehen das war dann auch ein gegner gewesen ich habe eine beste kopfgeldjagd war glaube ich wo um die 2000 punkte also schon ganz ordentlich mitte also er war zweiter gewillt abgeschlossen das war mal eine ziemliche kackewelle natürlich trotzdem ein bonus hochladen klein viel macht nämlich auch ist jetzt aber gern gehabt ich hab's noch gewusst sie aber nicht machen will es an der bank kämen das geld kann ich gut gebrauchen aber das finde ich einfach nur das ist das macht wirklich lappen genau wie smart bisschen spielen das ist auch absolut bescheuert aber zu machen ich bin gutet ist es aber mal gucken müssen ich war gar nicht sicher nichts wieder das interessiert mich nämlich auch hier na komm so ey nicht wegrennen nein verruft er dann wegen nach gern diese vollkleidung sind wir halt gern fertig öxel einen schon schaden machen übelst viel kohle wenn du vielleicht zwei von diesen titans gut schaden was dann bist du schon ziemlich gut in der runde ja wenn wir der ruhe hier ich werde abgeschlossen jetzt glaube ich nicht einzahlen gehen das gehte ich auch gar nicht mehr heute es ist was bist du zurück mein freund knapp in Führung das haben wir das schaffen es nicht zu mir gerade o gott und der gegner gegner kommen hallo spiel also kann es auch ja das ist easy noch mehr gegner ich bin noch ziemlich schlau sein auf die KI zu gehen und die zu filmen gar nicht so auf reale gegner einfach mal ballern hier ein bisschen dann ist Kohle hallo ich komme nicht weg als ob sein wegen so viel schaden macht alter so angriff dann schwebt wir ja nicht mal ansatzweise in reichweite von mir ich habe nicht bei der bank gekämpft alle wurden geld dabei gehabt wenn du auf dem weg natürlich auch nix für da da war einer wahrscheinlich nicht das mit ihr zu kaufen Bitte nur Aces, ne, ist doch rühre So so nicht mein freund so dürfte gerade schon mal ganz gut für mich und das eigentlich jetzt abgeschlossen ja wohl überweisen hat es bereit das weiß ich Oh Scheiße, keine Dinger mehr. Das ist ein bisschen ungünstig. So, ich versuch's einfach mal. Komm. Feige Sau, Alter. Ja. Richtig feige Sau ist das, ey. So. Achso, ja gut. Von oben kannst du machen. Ist nicht schlimm. Wie ist die seine Feige? Sau, ey. Oh, hängt der nicht gesehen. Ach, ja, da oben. Super. Das ist ein wunderbares Geschütz. Was? Für diesen Namen furchtbar. Wieso macht man sich so ein Gamertag, ey? Ich kann das absolut furchtbar. Ich bin eigentlich so archaiskammertag furchtbar. Ich hab' mit xxx, i, 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 xxx. Ey, mein Freund, jetzt reicht's aber. Oh, 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 oh. Ah, nee, ist es nochmal. Kann aber ganz nah. Der nächst ist immer gern wissen, ob es für Aces in den Modus auch Punkte gibt und wenn ja, wie viele. Ich hab' wahrscheinlich sogar, du jetzt, oh, neun Kills, ist es auch so viele? Ich hab' wahrscheinlich sogar, ich hab' schon nicht, fast mehr Aces als normale Kills. So. Komm, geh' mal hier durch. Der Weißen bräuchte eh nix. Ich hab' einen Dollar. Oh, ja. Ich hab' quasi von mir keinen einzigen Dollar bekommen. So kann man's auch machen. Obwohl, die Kopffeld-Denger, die sind da. Komm. Ah, hallo, Kollege. Der Weißen bräuchte. Ich will nur weg hier. Ja, das ist wunderbar. Ich weiß noch gar nicht, wo die Bank ist. Komm, wenn ich das Geld überweisen kann. Wow. Ich hätte extra die Salve genommen. Ich bin dann sogar zweiter. Ich wette, wenn ich das Geld noch überwiesen hätte, hätte ich es sogar extra reden können. Aber geile Runde auf jeden Fall. Wir haben leider verloren. Ich hätte das Geld so gern noch überweisen können. Lieber 300 Dollar. Das war ja echt ordentlich, was ich hatte. Aber naja. Das war das ja auch ganz gut. Neun Kills geht glaube ich auch in Ordnung. Das hat zumindest deutlich besser als letzte Runde. Das war nicht Top 3 aus dem gesamten Match, aber 2000 Team. Das reicht mir als Leistung. Also in der Kopfkaltjagd bin ich eigentlich selten nicht in den Top 3. Das sieht man vielleicht nicht in den Aufnahmen, aber ich bin natürlich deutlich mehr Spiel als ich aufnehme. Ich habe jetzt insgesamt glaube ich 192 Spiele oder 192 Partien gespielt in diesem Spiel. Ich war noch YouTube, kamen bis jetzt online weniger als 20. Deswegen ist das natürlich nur ein Bruchteil, was ich aufnehme. Ich kann auch niemals alle 200 Partien aufnehmen. Das ging natürlich nicht. Wo muss ja auch der Schluss sein. Deswegen kann es passieren, dass ich jetzt unten aufnehme, wo die Kacke sind und dann in den Runden spiele und nicht aufnehme, wo ich mir gut bin. Was da schon öfters vorkam. Und umgekehrt. Aber naja. Es geht ja auch Spaß. Deswegen Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.